Ja, Freunde, ich habe beim letzten Mal ein bisschen rumprobiert und jetzt habe ich etwas gefunden, und zwar in der Cafeteria einen Geheimgang. Und da wollen wir mal sehen, was uns da jetzt erwartet. Jiks! It's pitch black. Oh, the lamp. Ah, dazu ist die Lampe also guuuuut. Na, die spendet ja sehr viel Licht. A pile of barrels. Okay, weiter geht's ja nicht. Was haben wir da? A hole in the wall. I couldn't fit in there, but maybe Snowball could. Ach, der kleine Snowball. Please, Snowball. Ach, cool, jetzt spielen wir Snowball, okay. Was haben wir denn hier? Oh, oh, ein Gem. Ach, leck mich. Was war das? Äh, it's locked. Was habe ich mir gedacht? Oh no, the light went out. Why won't it work, please? Äh, was war das? Was someone behind me? Just imagine it. Okay, da war wohl jemand hinter ihr und sie denkt, sie hat sich nur eingebildet. Und Phil und the light da, yes. Na, komm jetzt Phil mal da rein. Die Plörre. Yeah. Richtig geil. Okay, jetzt. Alter. Was? Boah. Alter, was ist jetzt los? Boah, fuck. Alter, da kommen wir nicht durch. Shit. Scheiße. Boah. What the fuck? Alter. Scheiße. Alter, was machen wir jetzt? Wir haben voll abgekackt. Ja. Ja, dann stay away, okay? Boah, scheiße, Alter. Verdammt. Alter, wie kommen wir da dran vorbei? Haben wir vielleicht irgendwas? Nee. Jetzt kann man gerade nicht öffnen. Alter, fuck. Okay, wir müssen rennen, Leute. Wir müssen rennen. Ja. Boah. Boah. Leck mich doch. Leck mich doch am Arsch. Alter. Was? Steht da dein Vater Mörder? Hä? Wieso steht das da auf Deutsch? Hä? Hä? Dein Vater? Boah. Ja, jetzt, jetzt burn die mal weg da. Yes. Endlich. Jetzt aber. Boah. Alter. It burns. It hurts. Help me. No. No. Einfach wegrennen. Boah, fett. Alter. Okay, so. Können wir jetzt wieder reingehen? Ich will da rein. Ach, okay. Jetzt. Hahaha. Sind sie weg. Okay, dann gehen wir mal weiter. Storey wooden box. Ich hab da noch irgendwas gehört. Ach, ein kleiner Vogel. Sehr gut. Oh, da ist ja sein Labor, ne? Maria. Mistress. You wound it. Ah, but I will be fine. Forget me. Escape somewhere safe. It is dangerous here. Where is father? I heard him scream for my room. Uh, I must save the doctor. Oof. You can go with that wound, but Maria, what happened to father? The doctor is further in. His wife, she... His wife? My mom? What do you mean, Maria? Maria. Das wollte ich sagen, finden wir in der nächsten Aufnahme.